Wir stellen uns bereit für die nächste Szene, Schiller, dritter Aufzug, dritte Szene, Altdorf und Apfelschuss. Machen Sie sich bitte bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nun, Tell, weil du den Apfel trichst vom Barme auf hundert Schritte, so wirst du deine Kunst vor mir bewähren müssen. Nimm die Armbrust, du hast sie gleich zur Hand, und mach dich fertig, einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Doch will ich raten, ziele gut, dass du den Apfel treffest auf den ersten Schuss. Den fählst du ihm, so ist dein Kopf verloren. Ich soll der Mörder werden meines Kindes. Herr, ihr habt keine Kinder, wisset nicht, was sich bewegt in eines Vaters Herzen. Denkt ihr, ich fürchte den Pfeil von Vaters Hand. Ich will ihn fest erwarten und nicht zucken mit den Wimpern. Frischvater, zeigst, dass du ein Schütze bist. Er glaubt dir's nicht, er denkt uns zu verderben. Dem wütlich zum Verdrusse, schiess und triff. An's Werk. Man führt die Waffen nicht vergebens. Gefährlich ist's, ein Mordgewehr zu tragen, und auf den Schützen springt der Pfeil zurück. Die stolze Recht, das sich der Bauer nimmt, beleidigen den höchsten Herrn des Landes. Gewaffnet sei niemand, als wer gebietet. Ich will dein Leben nicht. Ich will den Schuss. Du kannst dir alles teilen. An nichts verzagst du. Das Scheuerruder führst du wie den Bogen. Dich schreckt kein Sturm, wenn es zu recken geht. Jetzt retten. Hilf dir selbst. Du rechast aller. Mit diesem zweiten Fall durchschoss ich euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte. Und eurer Wahrheit hätte ich nicht gefehlt. Rebellen! Seid die Radle gegen Kaisers Gericht, du nähert verwegene Empörung. Ich kenn euch alle. Ich durchschaue euch ganz. Den nehm ich jetzt heraus aus eurer Mitte.